Im Stadion wird shootet, es ist ein Riesengeschrei. Der Match kommt auch am Fernsehen, Schweiz gegen die Türkei. Die Einten spielen zackbrutal, musst nicht fragen wer. Sie haben sogar ein Goal gemacht, aber die Schweizer bleiben fair. Bleibt fair, Schweizer bleiben fair, weil wir sind gute Gastgeber, Gastgeber, Gastgeber. Die Einten haben ein Billett, die meisten haben ein Kreis. Die warten auf ein Wunder oder ein paar angrinden, wer weiss. Ich verkauf meinen Sitzplatz, irgendeinem für tausend Stein. Ich läd den Führer Türkin ein und schau den Match zu Hause. Ich läd den Führer Türkin ein und schau den Match zu Hause. Schau den Match zu Hause, ich schau den Match zu Hause. Weil wir sind gute Gästegeber, 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 Ja, wir sind gute Gästegeber, 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 Wir sind gute Gästegeber, 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 Gastgeber, Gastgeber, GPR. Heute ist wieder Freinacht in der Schweiz und in Österreich. Das ist jetzt schon die fünfte Nacht, jeden Abend zugleich. Der Beizer bringt die letzte Runde, wir wollen noch mehr haben. Dann meldet er halt die Stühle und schiebe der Versicherung an. Dann meldet er halt die Stühle und schiebe der Versicherung an. Einfach Sicherung muss ich haben, einfach Sicherung muss ich haben. Weil wir sind gute Gastgeber, Gastgeber, Gastgeber. Wir sind gute Gastgeber, Gastgeber, GPR. Ja, wir sind gute Gastgeber, Gastgeber, Gastgeber. Wir sind gute Gastgeber, Gastgeber, GPR. Untertitelung des ZDF, 2020